Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Cities Skylines und zum Katastrophen Part, weil der steht jetzt an. Hier, das geht runter unbedingt, das schaut sehr fürchterlich aus. Also hier, das hier senkt man auch ab. Dann werden wir da weiter verfahren, werden wir dann sehen. Ja, warum Katastrophen Part? Wir haben ein Erdbeben der Stärke 7,9 im Anmarsch. Und zwar im Anmarsch auf eines unserer großen Stadtteile, auf einem unserer großen Stadtteile, wo auch die Universität steht. Nämlich hier, da wird nicht viel übrig bleiben von dem. Zieht sich auch gleich bis darüber. Also ich kann mir vorstellen, der Bereich, der hier dunkelrot eingefärbt ist, wird komplett vernichtet. Das heißt, wir werden gleich nicht mehr 74.500 Bevölkerung haben, sondern vielleicht gleich nur noch 60.000 oder so. Wir haben nämlich auch nur ein kleines Evakuierungsquartier dort, also da werden sich nicht viele retten können. Wir machen erstmal hier gemütlich die Autobahn weiter und ignorieren die Gefahr. Wir tun einfach mal so, als wäre das nicht hier. Auch wenn wir dem wahrscheinlich nicht lange entkommen werden. Das heißt, unser Katastrophenschutz hat das dann gleich einiges zu tun. Oh, ich habe festgestellt, man kann das hier drehen. Je nachdem, wie man es braucht. Kann ganz hilfreich sein. Wieso hört man eigentlich immer diese tropischen Geräusche hier? Das ist auch, finde ich, ein bisschen irritierend. Boah, da passen die Linien schon wieder nicht geschätzt an. Wir sind hier nicht im Urwald. Und dann bei der anderen Karte, wo wir Palmen hatten oder so, lass ich mir das mal einreden. Aber hier... Wir sind ja nicht im Tropenwald. Ging aber so. Jetzt gebe ich hier das da. Schön. Okay, hier sind die Zeichnungen alle fertig. Dann schauen wir sich an, was das Erdbeben denn bringt. Bring it on. Vernichte einfach alles. Zerstöre einfach unsere Stadt. Vielleicht auch hier noch evakuieren. Okay. An earthquake is occurring. Don't panic and wait for help if you are in the affected area. Okay, das war deutlich weniger schlimm, als ich erwartet habe. 428 Bürger sind gestorben. Okay, das war ja... Das war ja richtig chill. Und dann ging es zu dem, was sie eigentlich vorhergesagt haben. Schön, dass die Vorhersagbarkeit hier komplett für den Arsch ist. Nicht genügend Erde, ja toll. Unser Universitätsbezirk bleibt aber bestehen, ja, okay. So, dann bauen wir das Ganze wieder auf. Das war eine Allee mit Bäumen. Bitte schön. Erstmal die Straßen hier wiederherstellen. Keine Ahnung, was hier war. Ein Einkaufsding halt, ne? Bitte keine Brücke hier, danke. So, Universitätsbezirk ist nämlich hier. Das ist jetzt besonders leibernd, dass wir auch das wieder abreißen können. Sonst bringen wir da kein neues Autobahnkreuz her. Und ne, wir werden nicht das hier bauen, weil es auch viel zu groß ist. Das hier wäre kompakter, aber es ist ziemlich blöd von der Linienführung her. Und so viele Dreier haben wir nicht. Also nehmen wir das hier, weil es halt relativ kompakt ist. So, wir kommen hier zweispurig daher. Wir werden das auch zweispurig belassen. Ja, da hatten wir doch richtig Glück eigentlich mit dem Erdbeben. Es war doch milder als erwartet. So, hier können wir recht gerade durchbauen, Gott sei Dank. Schön. Straße reparieren. Ich glaube, das war's. Also bis auf den Schaden, den unsere Universität erlitten hat. Warum macht er immer Brücken? Das Spiel liebt Brücken. Nein, da ist alles hier. Danke. Am Boden bleiben. Danke. Okay. Gut. Bring it on. Ihr könnt's wieder weitermachen. So, das ist klar. Hier gibt's keine... ...Dings. Die können jetzt alle wieder nach Hause gehen. Nach Hause schicken. Da sind auch schon die Hubschrauber. Warum haben wir hier so viel Stau? Warum haben wir hier so viel Stau? Der darf hier hinfahren. Der darf hier hinfahren. Der geht nur hierher. Der geht hier und hier und hier hin. Das verbessert hoffentlich die Verkehrssituation hier ein bisschen. Du gehst nur hier hin, du gehst nur hier hin. Ja, hier ist dasselbe Gäste. Das wird zu unguten Verkehrssituationen führen, natürlich. Jetzt startet es hier wegen dem Kollegen hier. Okay. Schön. Also wir haben auf jeden Fall mal das Erdbeben überstanden. Das ist das Wichtigste. Zeichnen wir hier wieder die Linien neu. Das ist da eins, jetzt Fahrzeuge fahren. Oh, da sind auch die Wasserleitungen zerstört worden zum Teil. Da können wir wieder aufbauen. Tja, und damit hat sich das eigentlich wieder erledigt, oder? Oder Stadion hier ist ja anscheinend zu laut. So, wir machen anstweilen hier die Linien neu. Okay. Okay. So, wir machen hier. So, wir machen hier. Ja, da stehen wir die Lanes nicht, natürlich. Oh, der geht dahin und der dahin und der dahin, das ist alles klar. Ah ja, wenn man wirklich wissen will, wo man die Straßen effizient gebaut hat und den Verkehr im Griff hat, dann schaltet man hier oben einfach das De-Spawning aus, weil dann de-spawnen die Fahrzeuge nicht mehr. Dann sieht man, wo wirklich Bottlenecks sind, auch wenn sie vielleicht nur klein sind. Wenn und wieder, warte mal, so, hin und wieder, fällt das aus uns gar nicht auf, weil halt die Fahrzeuge einfach de-spawnen, wenn sie zu lange brauchen. Und das passiert halt dann nicht mehr. Mensch, wenn die im Stau stehen, dann stehen die und dann bleiben die da. So, und damit sieht man halt dann gleich, überall wo es staut, staut es eben. Aber was kann man dann dagegen tun? Wie kann man es effizienter gestalten? Okay. Das haben wir auch. Okay. 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 Sieh. Jetzt schauen wir dann mal, ob bei unserem Bergbaugebiet überhaupt noch Erz da ist oder ob die schon alles aus dem Boden gezogen haben, was da zu holen ist und ob wir das ganze dann schon wieder einstampfen können. Oh, wir machen aber gerade massiv plussig. Ich frage mich, ob das von denen kommt, weil bei der... In der Landwirtschaft ist es halt schön, weil denen gehen halt die Rohstoffe nicht aus. Das sind keine Rohstoffe, die verbraucht werden. Was da halt ist, ist da im Gegensatz zu denen hier. Oh, da jammern sie schon über sich anhäufenden Müll. Unser Recyclingzentrum. Interessiert nur niemanden. Okay, fertig, brav auf seiner Spur. Und hier wird es immer weniger. Da ist kaum noch was übrig. Hier ist noch ein bisschen was übrig, da müssen wir da hinten wieder umschachern. Ich finde es auch interessant, dass wenn man diese Gebäude ersetzt, dass man gar nicht sieht, wo die Rohstoffe eigentlich sind. Import. Na klar, das muss natürlich dann nachher importiert werden. Hilft ja nicht. Vor allem, wo gibt es im Wasser Erzvorkommen? Das haben wir auch noch gar nicht gesehen. Gut, wir haben hier auch nicht viel Wasser. Ui. Gut, dass wir hier Löschhubschrauber haben in der Gegend. Was ist hier? Zu geringer Bodenrichtwert. Warum ist der Bodenrichtwert hier so gering? Mal abgesehen davon würde ich jetzt das nicht als gering bezeichnen, ehrlich gesagt. Ihr habt hier einen Park, was ist euer Problem? Schön, dann kriegt ihr heute noch einen Park. Da fallen halt ein paar Häuser weg. Okay. Der Bodenrichtwert ist hier fast auf Maximum, aber sie jammern herum. Da ist noch was kaputt. Passt jetzt wieder, ja? Toll. Okay. Okay, hier sind die Lanes noch alle. Das ist... Ah, das ist die U-Bahn wahrscheinlich. Was sagt eigentlich die Zeit? Ah. Bisschen Hammer noch. Gut. Es staut hier ein bisschen mehr. Aber es passt alles. Es haut wieder hin. Hier sind die Leute noch ein bisschen zu laut wieder. Oh, hier ist auch was zerstört worden. Die Polizeiwache. Wir freuen sich die Leute wieder, dass die Polizei wieder da ist. Ihr auch. War das alles durch das Erdbeben oder was? So weit ging das doch gar nicht drauf. Naja, okay. Vielleicht... Vielleicht hat sie da ausgereicht dafür. Ich frage mich, ob die dann wirklich Null produzieren. Dann... Wenn es einmal... Wenn es einmal soweit ist. Hier stapelt sich immer der Müll. Dabei ist ja extra ein Recyclingzentrum, das noch nicht einmal ausgelastet ist. So. Jetzt noch mehr ein Recyclingzentrum. Tue jetzt was. Die fahren schon. Schaut sich aus mit der Lautstärke. Ja. Lautes Gebiet. Vor allem hier die Autobahnen. Ja, das wird hier noch interessant werden für die... Achso, das sind keine Rundgebäude. Haha. Praktisch. Ähm. Ahja. Und wir wollen hier weiter bauen. Okay. Dann beginnen wir mal damit, hier ein bisschen abzutragen. Nicht zu weit, weil da drunter fährt die Bahn. Könnte sich das auf die Lautstärke auswirken, wenn die da drunter fährt? Schauen wir mal, dass wir das hier mal ein bisschen smoother gestalten. So. So. Wir sollten aber doch... Ah, wir müssen das schon etwas plateau-mäßiger machen. Aber gut, vielleicht kann ja mal hier anfangen das abzusenken. So. Und dafür hier etwas aufzuschütten. Wir machen hier ein größeres Gebiet dann. Und dann ziehen wir hier die Autobahn hoch auf. Was machen wir dann? Einen Kreisverkehr oder nicht? So. 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 Wie machen wir das? Wie machen wir das? Oder schließen wir das einfach direkt an eine fette Straße an. Ich glaube das ist gescheiter. Ich glaube das ist gescheiter. so. Und hier bauen wir dann links und rechts hinein. So. Das noch mit normalen... Ja so. Genau. Normale Straße mit Fahrradweg. So. 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 der Dichtbebahn hier. Und hier. Weil wir das auch vernünftig nutzen. Es wird hier eine hohe Bevölkerungsdichte. Und hoffentlich packt das Tisch die Hauptstraße. Und bei Extend die Autobahn. So, das kann man hier noch kombinieren oder verbinden, damit die, wenn sie irgendwo hin wollen, nicht immer über die Hauptstraße fahren müssen. Okay, jetzt müssen wir dann das hier umbauen. Ah ja, und ich glaube, ich werde die Katastrophe jetzt dann ausschalten, weil es kommt jetzt fast in jedem Part, oh, by the way, der Part ist schon längst zu Ende, fast in jedem Part schon wieder eine Katastrophe und oftmals Erdbeben, die einfach unsere halbe Stadt dann einäschern wollen und auf das habe ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Keine Lust hier da und dann wieder alles neu aufzubauen. So, wir werden jetzt, äh, ja, exakt, der Part ist zu Ende, Freunde, ich bedanke mich da fürs Zuschauen und sage, bis zum nächsten Mal, ciao. Also, bis zum nächsten Mal, ciao. Vielen Dank.